Trotz dunkler Klamotten gute Stimmung bei der Rautenperle. Bei mir ist wie immer Markus Scholle-Scholz und wir beantworten all eure Fragen rund um den HSV. Da sind wir wieder. Moin Moin aus dem Rautenperle Studio im Herzen Hamburgs. Moin Moin Scholle. Janik, schön wieder hier zu sein. Schön wieder hier zu sein. Schön wieder hier zu sein. Die gemeinsame Zeit am hölzernen Tisch verbringen und ein paar Mal auf Holz kloppen. Denn es gibt viel, viel, viel zu beantworten rund um den HSV. Eure Fragen wie immer. Jeden Montag im YouTube Community Tab habt ihr die Möglichkeit zu fragen und jeden Mittwoch wie jetzt heute beantworten wir sie nach bestem Wissen und Gewissen. Ja. Und die Frage mit den meisten Likes diese Woche. Das ist immer ein bisschen schwierig bei YouTube das zu sortieren. Das wisst ihr, aber ich denke, ich habe das halbwegs gut hinbekommen. Und deswegen ist die Frage mit den meisten Likes von Mr. Real Talk diese Woche. Welche Spieler sollte der HSV im Falle eines Aufstiegs abgeben? Sprich, wäre es nicht Bundesliga-tauglich? Gleich eine ganz unprovokative Frage zum Einstieg. Ich wollte gerade sagen. Die Saison ist ja noch relativ lang. Deswegen kann man es bei Spielern wie Onan A zum Beispiel oder einem Wagner machen. Da würde ich mir noch gar keine Urteile erlauben. Das sind Spieler mit Potenzial. Die würde ich auch grundsätzlich gar nicht abgeben, weil die oftmals ja auch mit ihren Aufgaben wachsen. Das gilt aber für viele andere auch. Also hinten in der Defensive den Stefan Ambrosius. Glaube ich, dass der sich schon stabilisiert hat, dass er schon stabil spielt, aber es auch könnte. Na ja, da bin ich mir nicht ganz sicher. Das ist ein Spieler, der sich auch sehr gut anpassen kann, der also den Erfordernissen immer entsprechend Leistung zeigt. Beim Rick van Drongelen habe ich halt, wie gesagt, in der ersten Liga so meine Probleme gehabt. Dafür fehlte mir so ein bisschen bei ihm das Tempo. War noch sehr jung auch. Genau, einem Klaus Giasula, muss ich ehrlich sagen, ohne es wirklich böse zu meinen, mit ihm. Ich mag ihn ja gern, aber dem traue ich das nicht zu. Einen Aaron Hunt würde ich auch nicht mehr in der ersten Bundesliga auf den Platz stellen. Das sind so Spieler, die ich auf jeden Fall schon mal austauschen würde. Für einen Tim Leibold, glaube ich, kann sich durchaus steigern. Bei ihm müsste man dann mal gucken, wie der Faktor Defensivarbeit, wie wichtig der dann würde in der ersten Liga. Weil da fehlt mir bei ihm noch ein bisschen was. Ansonsten nach vorne ist er natürlich super und hat seine Aktion, auch wenn er noch ein bisschen zulegen kann im Vergleich zur letzten Saison. Auf der anderen Seite Bakeriata, das ist halt ein Spieler, der spielt so unkonventionell, da weißt du nie, was er macht. Und ich glaube, manchmal weiß er selber nicht. Aber der ist halt auch unberechenbar für den Gegner, das macht ihn wieder gefährlich. Und er hat ein Tempo, das ist immer eine Waffe. Egal wo, in welcher Liga das dann am Ende ist. Ein Kind, das ist so schade, der hat alles, was du brauchst eigentlich, um ein unglaublich geiler Kicker zu sein. Außer die Härte, die Widerstandsfähigkeit, die fehlt ihm so ein bisschen. So, jetzt haben wir einen Ulreich ohne Frage, kann man mitnehmen. Heuer-Fernandes, das wird dann auch schon wieder eng. Den würde ich nicht mitnehmen in die erste Bundesliga. Ja, aber das ist so ein bisschen, ist alles sehr subjektiv. Und Karl Narei hat auch noch mächtig zuzulegen, um dann am Ende für die erste Liga interessant zu werden. Ein Jamraf finde ich gerade diese Saison sehr interessant. Das hätte ich letzte Saison, auch wenn er da wenig Spielern gemacht hat, hätte ich nicht so erwartet, ehrlich gesagt. Freut mich aber sehr, muss ich sagen. Freut mich sehr, weil der hat richtig Potenzial. Wen haben wir denn noch? Viele. Terodde, der macht einfach Tore, hat sich bisher aber noch nie in der ersten Bundesliga wirklich durchsetzen können. Ich würde ihn trotzdem immer dabei haben wollen. Duziak. Duziak, der ist für mich, also ihm fehlt vielleicht ein bisschen Tempo, um sich auch in der ersten Liga durchzusetzen, weil er das 1 gegen 1 hat, als seine Stärke mitnimmt. Aber der hat so eine Technik. Ich glaube auch, dass der sich durchaus mit den Aufgaben ansteigert. Leibold. Leibold hatten wir ja, den hatte ich ja schon genannt. Wagnumann hatte ich auch, Jamra, Yatta, Kittel, also die meisten haben wir ja. Dann machen wir weiter mit Justin Nolting. Kühne, Rückkehr beim HSV. Wäre eine Rückkehr von Kühne für den HSV aus sportlicher Sicht sinnvoll? Man hört ja im Moment von ihm nichts aus den Medien, was meiner Meinung nach dem HSV sehr gut tut. Aus finanzieller Sicht sieht es vielleicht am Ende dann doch anders aus. Noch mal, wenn ein Mensch viel Geld hat und es gut meint und gute Sachen anschiebt, dann ist das Geld gut. Wenn dieser Mensch aus dem Geld, das er einem Verein zur Verfügung stellt, Ansprüche ableitet, die dem Verein am Ende wieder hier und da Hürden aufbauen, dann ist es nicht gut. Das hängt halt komplett davon ab, was er daraus macht. Was macht Kühne, was möchte er für das Geld als Gegenleistung haben, dass eine KG auf Aktien zum Beispiel, dass die am Ende durchgewunken wird. Sollte das so kommen, wäre das, müsste man sich fragen, warum macht ein Klaus-Michael Kühners, warum kauft er sich für zig Millionen Anteile, um hier ein Mitbestimmungsrecht zu haben und schlägt immer wieder vor, auch über die 25 Prozent in den Haus zu kaufen. Oder jetzt ja, seit einer Weile schon nicht mehr, aber hat er ja am Anfang. Und um dann am Ende zu sagen, okay, ich gebe meine Stimmrechte einfach mal für nichts ab, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und ich weiß auch, dass Klaus-Michael Kühner nicht begeistert war, als das erste Mal die Idee aufkam, eine KG auf Aktien aufzulegen. Hängt davon ab, was er mit dem Geld macht und was als Gegenleistung vereinbart wird. Wenn als Gegenleistung eine Rückzahlung drin ist, muss man gucken, ob diese Rückzahlung realistisch in der Zeit zu stemmen ist, die man vereinbart, ist es das, dann ist es ein normaler Kredit, dann ist das okay, dann kann man damit arbeiten. Ist es das nicht mehr und der HSV schnürt sich damit selbst die Beine zu, dann würde er über kurz oder lang stolpern, dann würde es nicht funktionieren und dann ist es ein schlechter Deal. Also Kühner, alleine zum Bösen zu machen, das mache ich nicht, das würde ich nicht machen. Das hängt immer von den Leuten ab, die mit ihm vorhanden, die mit ihm diesen Deal machen, machen den guten Deal mit ihm, dann ist das in Ordnung. Dann ist Klaus-Michael Kühner natürlich, weil es nur wenige Investoren gibt beim HSV insgesamt, die sich hier reinhängen, dann ist Kühner immer eine Hausnummer für den HSV und kann immer eine wichtige Figur werden. Schlenz HSV, glaubt ihr noch an einen Kinzombie-Durchbruch oder sollte man ihn im Winter ersetzen? Und wer wäre ein Kandidat für euch? Kinzombie ist ein gutes Beispiel, den hatten wir eben ja nicht genannt. Stimmt. Nein, also Kinzombie muss jetzt zeigen, dass er es kann, ansonsten ist er tatsächlich auch ein Spieler, mit dem man drüber sprechen muss, ob es noch viel Sinn macht, hier in Hamburg zu bleiben. Als Typ in der Mannschaft sehr anerkannt, ein sehr teamorientierter Spieler, das hat er in Kiel ja auch schon gezeigt als Kapitän dort, aber er hat halt einfach qualitativ noch so viel zuzulegen, dass er aktuell noch nicht mal in der Verfassung ist, einem zweiten HSV zu helfen. Also wäre er natürlich auch kein Kandidat für die erste Liga bei mir aktuell, aber vom Potenzial her, wie gesagt, hat er es drauf. Er muss zeigen, dass es kann, wenn nicht, dann muss man mit ihm im Winterfurtig mal drüber sprechen, ob es hier noch sinnvoll ist, weiterzumachen. Ja, kann ich nicht bestätigen. Also ich sehe keinen künstlich erzeugten Druck. Ich sehe auch einen Trainer, der diesen Druck gar nicht zulassen würde, der ihn auch nicht zulässt. Nein, ich sehe keine Krise. Ich sehe, dass der HSV zwei Spiele hatte, in denen er nicht so gut gespielt hat wie zuvor. Gegen St. Pauli hat er stark begonnen, dann aber auch mächtig nachgelassen. Gegen Kiel, muss man sagen, hat man wieder am Ende halt sich ein Reihen machen lassen, weil man es verpasst hat, das 2-0 zu machen. Kiel allerdings, muss man sagen, war ein sehr guter Gegner. Der FC St. Pauli, auch wenn er Tabellenvorletzter ist aktuell, ist für mich immer noch eine extrem spielstarke Mannschaft, die natürlich gerade in so einem Derby noch mal etwas mehr zeigt als sonst. Das fehlte dem HSV an dem Tag leider. Nein, ich sehe keine Krise. Ich sehe auch keine Krise herbeigeschrieben. Ich weiß auch nicht, woran man das hier festmacht in dem Kommentar. Also kann ich nicht erkennen. Ich sehe die Krise auch nicht. Ich weiß nur, dass es jetzt noch mal schwierig wird. Bochum, Heidenheim, Hannover, das sind drei wirklich ganz, ganz schwere Gegner. Die sind genauso schwer wie vorher. Kiel, Pauli und Düsseldorf, Paderborn, wie sie alle heißen. Also es wird nicht leichter, aber wir werden es ja sehen. Bochum jetzt am Sonntag, das ist schon mal ein echter Grab. Das ist ja wieder, wie man aus dieser Pause rauskommt. Musik, Musik, Noten, aber man könnte auch Musik, Knoten. Ja, Musik-Knoten. Glaubt ihr, dass Heil und Quarteng das Potenzial für die zweite Liga mitbringen? Was sind deren Stärken und Schwächen? Quarteng ist ein sehr, sehr schneller, spritziger Spieler, ein sehr guter Techniker. Ist aber für mich immer noch ein bisschen zu wild. Ihm fehlt so ein bisschen die Abgeklärtheit, in Momenten dann den Pass zu suchen, im richtigen Moment dann mal abzuziehen. Was er hat, ist halt den Inlan, die Power und die Frische, sich hier in Hamburg halt noch durchsetzen zu wollen. Bei Oge Tika Hai ist es so, dass er tatsächlich körperlich immer wieder Probleme hat. Der hat einen, also Danny Thun sagt, er hat einen tiefen Schwerpunkt im Körper. Das stimmt natürlich, wenn du solche Beine hast, dann ist das halt. Aber er hat halt dieses Dribbling natürlich. Der ist unglaublich schnell, auch auf den ersten Metern. Der bietet sich an, der will, der hat gegen die Dänen gegen Wiebock, hat er wirklich in 10, 15 Minuten hat er richtig Gas gegeben. Und das sah auch richtig gut aus. Er hat auch das 1 gegen 1 genutzt. Er hat sich körperlich, weil er sehr robust ist, sehr stämmig, hat er sich gut durchgesetzt. Aber das Problem bei dieser Stämmigkeit ist dann auch wieder, dass er tatsächlich Probleme hat, über 90 Minuten mit seiner Kraft zu haushalten. Also er hat immer wieder das Problem gehabt, dass er dann in der 60. Minute bei der U21, dass er dann abgebaut hat. Und da muss er zulegen. Thomas S., warum ziehen aktuell die Einwechselspieler nicht? Das Spiel schläft immer ein und die Einwechselspieler wirken oft Ideen und lustlos. Was ich mich auch frage, sind vielleicht 5 Wechsel zu viel? Manchmal, klar, manchmal sind 5 Wechsel zu viel, wenn du zu viel durcheinanderwirbelst damit. Ich fand, dass die Wechsel in ihrer Reihenfolge, in den letzten beiden Spielen, insbesondere jetzt nehmen wir mal die Spiele gegen St. Pauli und in Kiel vor allem, in Kiel waren sie in der Reihenfolge für mich falsch angesetzt, weil ich hätte nicht am Ende nochmal einen Stürmer für einen Defensivspieler gebracht, um dann auf dem Platz nochmal drei Positionen umzubauen. Das bringt zu viel durcheinander. Da muss man, meiner Meinung nach, ich würde versuchen, immer deutlich positioneller zu tauschen. Es sei denn, du willst halt, weil du merkst, es läuft gerade gar nicht, wenn du da mal was durcheinander bringen willst, um einfach eine Frische auf dem Platz zu erzeugen, dann kannst du es natürlich mal machen. Aber wenn du führst, ist das nicht der richtige Weg, glaube ich. Und ich glaube, es lag nicht an den Spielern selbst, die reinkamen, sondern vielmehr an der Reihenfolge, wie sie reinkamen und für, wie sie reingekommen sind. Also die Wechsel an sich, die waren unglücklich von Danny Tune in dem Fall. So gut sie am Anfang waren, so unglücklich waren sie es in den letzten beiden Spielen oder vor allem in Kiel. Aber die Spieler selbst, glaube ich, nicht. Bobby Wood hat Lust, das kann man nicht anders sagen. Das Problem ist halt nur, der kommt aus einem Tal, das ist so tief. Da sind die Fjorde in Skandinavien nicht tiefer. Ich wusste, jetzt kommt ein Bildervergleich. Ja, was willst du da? Also der muss ja erst mal rauskommen aus diesem Ganzen. Und Bobby Wood, sage ich schon, Danny Tune versucht wirklich alles, ihn da rauszuholen. Er hat ihn mental jetzt tatsächlich schon mal gepackt. Also der wirkt frischer, der lacht, der macht uns. Er redet sogar offen über seine Situation. Aber fußballerisch ist das halt einfach noch sehr, sehr unglücklich. Janschke, haltet ihr es für möglich, dass der HSV im Falle eines Aufstiegs Chubo Muting verpflichten kann? Er hat ja selber gesagt, dass er es sich vorstellen kann und helfen könnte er für ein bis zwei Saisons bestimmt. Also es gibt viele Verbindungen von Chubo Muting immer noch nach Hamburg. Sein Vater ist ja auch hier noch unterwegs, ist auch geschäftig hier in Hamburg verbandelt. Also da gibt es natürlich immer Dinge, die dafür sprechen, dass man das irgendwie hinkriegt. Aber er verdient natürlich aktuell noch viel zu viel Geld. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er von München oder von Paris nach München geht. Und wenn man hört, dass er bei dem einen Verein irgendwie sieben Millionen kriegt, bei dem anderen jetzt irgendwie immer noch fünf. Und dann soll er zum HSV gehen für 800.000. Oder vielleicht sogar noch weniger. Muss man wollen. Ja, da muss man schon viel wollen. Und das muss der Spieler dann auch wollen. Vor allem darf der Spieler dann natürlich auch keine besseren Angebote haben. Aber ich glaube schon, dass er nochmal zusieht, ein bisschen Geld mitzunehmen, jetzt auf seinem, im Herbst seiner Karriere, um es noch positiv zu formulieren. Aber unmöglich ist es nicht. Es gibt solche schönen Geschichten ja immer wieder. Aber sie müssen auch sportlich Sinn machen, weil Van der Vaart und für die Älteren unter uns, Jörg Alberts und wie sie alle hießen. Ja, ja, damals. Das sind nicht die glücklichsten Comebacks gewesen hier in Hamburg. Ich hätte tatsächlich mich mehr darüber gefreut, so einen komplett durchfinanzierten Spieler wie Jerome Boateng zum Beispiel hier in Hamburg nochmal zu sehen. Auch wenn ich weiß, dass er körperlich natürlich immer wieder Blessuren hat. Den sehe ich in Berlin tatsächlich nichts. Ja, glaube ich auch, dass es ihn eher dahin ziehen würde. Vielleicht sogar nochmal mit seinem Bruder zusammen. Aber ausgeschlossen ist nichts. Wahrscheinlich ist es aber auch nicht. Lukas Mövs. Gibt es was Neues zur Ambrosius-Verlängerung? Nein. Der Versuch ist da. Ich glaube, dass Ambrosius auch bleiben will, so wie ich das jetzt aus seinem Umfeld gehört habe. Und ich kann mir dann eigentlich sehr gut vorstellen, dass das auch funktioniert, dass er dann am Ende hier seinen Vertrag verlängert in Hamburg. Letzte Frage kommt von Marco Hinz. Du hast schon diese Wood-Situation angesprochen. Er hakt nochmal ein bisschen genauer nach. Was hat unser Trainer immer mit Wood? Das ist mein erster Teil. Und warum wird er hinter sehr vorgezogen? Was erlauben Tune? Ja, tatsächlich ist es so, dass Tune es begründet damit, dass Bobby Wood etwas körperlicher ist, etwas schneller. Er versucht dann immer nochmal ein bisschen auf Konter zu gehen. Sie erheben Daten im Training, haben jetzt auch wieder eine Leistungsdiagnostik gemacht. Also werden wissen, wie schnell und ausdauerstark er ist, Bobby Wood. Aber ich sehe Bobby Wood nicht mehr in der Verfassung seiner ersten Zeit beim HSV, wo er wirklich unglaublich gut bei Kontern war, so robust war, den hat man den Ball in den Fuß gespielt. Er hat ihn mitgenommen, hat die Leute links, rechts abgeschüttet. Das fehlt ihm alles. Deswegen kann ich gar nicht sagen, warum er hinter sich ja direkt vorgezogen wird. Ich kann nur sagen, wie es begründet wird. Und die Begründung ist halt die, dass man mit Bobby Wood halt nochmal ein bisschen versucht, auf Tempo zu gehen und vielleicht nochmal einen schnellen Konter zu setzen. Vielleicht platzt auch da bei der Knoten. Das wäre sehr schön. Also Bobby Wood selbst wäre es zu gönnen. Und Daniel Tune natürlich genauso, weil das wäre natürlich eine richtig schöne Geschichte. Wenn du der Trainer bist, der Bobby Wood hingekriegt hat, dann kannst du... Das war der abgeschiedenste Spieler von allen, abgeschiedensten Spielern, die ich kenne. Also insofern, wenn der nochmal irgendwie reaktiviert wird von einem Trainer, dann hat der Trainer schon was richtig Gutes erreicht, ehrlich gesagt. Doch, doch. Ihr habt was Gutes erreicht. Ihr habt die Sendung mit uns durchgestanden, überstanden. Kann man gar nicht so negativ sagen. Schön, dass ihr dabei geblieben seid, würde ich sagen. Ja, aber dass ihr auch durchgehalten habt, auch. Auch doch. Also das... Respekt. Nicht viele von sich, aber da wollen wir auch nochmal, ne? Nein, schön, dass ihr dabei wart. Scholle, vielen Dank für deine Zeit und deine Expertise. Vielen Dank. Janik. Und dann sehen wir uns alle in der nächsten Woche wieder. Und damit ihr das nicht verpasst, bitte einmal die... Wir sehen uns vor schon wieder, oder? Sonntag? Wer weiß. Sonntag. Hallo, Sonntag bei der Heimcouch. Ihr seid ja hier. Wir gehen so weit und sagen, am Sonntag starten wir mit der Live-Couch zum Heimspiel gegen den VfL Bochum. Der HSV trifft im Volkspark auf Bochum. Dann wird Scholle vor Ort sein. Richtig. In der Tat. Und wir werden hier ab 13 Uhr live bei YouTube zu gewohnter Manier und zu gewohnter Stunde auf Sendung gehen. Jawohl. Und damit ihr auch das und den nächsten Community Talk nicht verpasst, bitte einmal drei Klicks machen. Einmal den Kanal abonnieren, einen Daumen nach oben setzen. Die Glocke läuten. Das hätte was. Das wäre ein... Wow. Dann dürft ihr uns noch viel, viel häufiger durchhalten. Erhalten gemacht haben worden. Wir auch werden. Bleibt gesund. Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.